willkommen zurück zu einer neuen folge rayman legends wir spielen schloss in den wolken mit der barbara ich bin gespannt was uns erwarten wird los geht's so hier aber schon mal wind im winter können wir gleiten die lume einsammeln ist da dranhängen ja da können wir einen schönen sprung machen weiter geht's da oben sehe ich was da müssen wir gleich einschreiten und helfen perfekt mal gucken was wir noch machen können eventuell haben wir sogar schon was verpasst ja ein radieschen können wir noch pflücken und da ist ein geheimgang ein geheimgang den schauen wir uns gleich mal an okay was sind das für welche na die schauen ja aus okay was müssen wir da machen wir müssen irgendwie so rüber kommen dass wir diese fallschirme als sprung die möglichkeit nutzen können achtung achtung barbara springt und fliegt und hab ja wohl perfekt jetzt geht's ganz nach oben oder nein ab jetzt warten wir auf die nächsten oder nee da kommt keiner okay dann eventuell kommen wir dann da so rüber ja schaffen wir das ja knappe angelegenheit ein bisschen mehr anlauf dann wird es auch was wir warten wieder auf unsere speziellen freunde die irgendwie anscheinend gar nicht mehr kommen oder hallo hallo wo sind die netten freunde okay vielleicht geht es ja auch so ich traue mich da gar nicht zu springen also lassen wir uns mal da ganz nach oben treiben und jetzt schaffen wir das okay wir gehen noch mal rein in der hoffnung dass es jetzt funktioniert ja da sind unsere freunde schon das ist nicht schwer hier okay ach da gibt es nicht viele von denen das muss schnell gehen jetzt hat da muss man auf zack sein oh jetzt 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 habe ich einen fehler gemacht leute und zack einmal probieren was noch einmal probieren was noch das ist zu schaffen achtung schön nach oben fliegen und hat 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 das haben wir geschafft wir fliegen weiter machen hat 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 und wir fliegen wieder nach oben jetzt fliegt sie wieder nicht oder ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht einmal mal was noch irgendwo habe ich da wieder ein denkfehler drin okay aufgepasst wir steigen nach oben und hat 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 und weiter geht und hat und hat okay und hat und hat und hat ja jetzt haben wir es geschafft alles klar super also ich habe mich nur etwas zu blöd angestellt weiter geht's da oben warmer das war knapp das noch so einer weg mit dem da noch was zum ernten und sprung 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 haben auch geschafft weiter geht's und 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 ja super wie weit können wir da runter 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 so achtung das ist schon da oben ist wieder was den schnappen wir uns gleich mal das haben wir auch hinbekommen ja eine sehr windige welt wie ich finde man kann den wind direkt spüren wie er einem zwischen den flügeln hindurch gleitet und wenn er weg ist fällt man einfach mal so runter wie ich okay und runter geht's mit der barbara barbara du machst das aber halte ich da fest das macht sie und mit schwung okay da müssen wir viel schwung nehmen und schwung und schwung und schwung da hoch da runter gegner platt machen kleinling befreien perfekt weiter geht's in die stürme ja die knochenwand die hauen wir weg der weg ist frei und da rutschen wir einfach mal und gucken was passiert ach das ging aber schnell sehr gut und nächster sprung kriegen wir die alle ui 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 das war glück das war mehr glück als können können wir da auch noch hin ja das läuft ja super hier oben und jetzt da runter oder wir fliegen weiter oh der ist schon ein gegner zack der hat von uns dicke eins drauf bekommen wir gucken nochmal zurück nicht dass wir irgendwas wichtiges übersehen haben ja hier die pflanze die können wir uns noch schnappen das haben wir gemacht und weiter geht's im wind nach oben was würde uns erwarten was würde uns erwarten sollen wir da mal runterfliegen sollen wir mal runterfliegen schauen was da unten ist oh ja oh ja das war's was wir holen können Achtung das haben wir geschafft der Climeling ist befreit ja super Achtung und Sprung und wir lassen uns mit dem Wasser mit treiben was ist das ui Wahnsinn toller Effekt zack weg mit dem mit dem Grantler Achtung und Sprung nach oben das haben wir auch geschafft sehr gut wunderbar okay jetzt würde ich da gerne noch nach oben kommen wie machen wir denn das okay von hier vielleicht ach ich weiß es Achtung wir halten uns da fest meine lieben Leute wir schwingen etwas elegant durch die Gegend und dann zeige ich euch wie man es mal nicht macht okay wie kommen wir da hin ich glaube wenn der Abstand geringer wird Achtung und jetzt nö das klappt noch nicht so vielleicht von der anderen Seite wir spielen weiter jetzt ist genau das was ich auf der anderen Seite machen wollte aber leider hat es mich zerquetscht jetzt wissen wir aber schon wie wir es nicht machen müssen so die Knochenwand zusammenhauen ui hoppala da kommen wir aber nicht weiter oder doch super geht es da noch weiter nein da sind wir am Ende angekommen oh ein Gegner ein Gegner den hauen wir gleich mal ums Eck und weiter geht es in den Wind da kann man die Lume aktivieren die sammeln wir schön ein und wie hoch geht es da da ist das Ende weiter geht es hier ist wieder aufpassen 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 Leute wann machen wir das Achtung Achtung und jetzt und jetzt und jetzt oh knappe Angelegenheit und den Burschen den hauen wir auch noch kaputt perfekt der ist platt können wir da noch irgendwie ich glaube wir wollen da noch oder ich will da jetzt noch mal gucken was da noch so ist Achtung wir fliegen nach oben was ist da noch da ist doch noch ein Geheimgang irgendwo ja da gehen wir rein und schauen uns mal hier an was uns erwartet okay also diese drehenden Angry Chicken weiß ich nicht die drehen sich da das bedeutet wir drehen uns auch da dürfen denen aber nicht zu nahe kommen und wo müssen wir hin ja ich sehe schon wir müssen uns im Kreis drehen Achtung ja wir haben es geschafft auf den zweiten Versuch oder es war der zweite Versuch perfekt gleich geht es weiter wir kriegen unser Herz und zurück ins Spiel wo lang muss man wir sind da hergekommen jawohl Alter können wir gucken ob wir den auch noch befreien können oi 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 das war aber knapp das war ganz ganz knapp war das da hat nicht viel gefehlt zum Absturz Achtung kleinen Lümmel zusammenhauen und der kriegt eine Schmetterattacke von uns super und Sprung okay ich sehe schon was wir machen müssen wir müssen uns da gleich wieder durchboxen aber leider habe ich das jetzt nicht so hinbekommen wie ich das gerne hätte Achtung einmal unseren kleinen Freund befreien das haben wir gemacht wir fliegen wir fliegen wir fliegen wir landen Schmetterattacke das haben wir auch gut hinbekommen Achtung Anlauf nehmen Anlauf nehmen da hängen wir schön und jetzt müssen wir gucken wie kommen wir da durch wir machen das und jetzt geht es los jawohl Schlag Kick Punch Block und dann können wir hier runter und fliegen gleich mal weiter Achtung knapp ist es da gibt es noch ein paar Lume zum sammeln das machen wir natürlich auch oh die fliegen uns gleich weg das ist ja gemein die kriegen wir aber kriegen wir die nein ich habe einen Fehler gemacht aber ui ui die will ich aber jetzt schon noch haben Achtung wir machen da mal einen schönen Sprung zurück und dann springen wir da hoffentlich hin oh nein es hat nicht viel gefehlt einmal berühren wir es noch ich will ja wissen ob das geht Achtung Sprung das haben wir und Sprung ne man muss da im richtigen Winkel rüber springen oh ich kann ja glaube ich auch äh ich stelle mich echt ein bisschen blöd an ich kann ja versuchen zu fliegen oder ja nicht ne ja wir lassen das bevor ich mich hier noch äh blamiere machen wir lieber das was ich kann Gegner zermanschen Achtung wir springen wieder rüber super oh da kommt da kommt eine fiese Ranke ich glaube der müssen wir aus dem Weg gehen oh Wahnsinn da dürfen wir nicht zu langsam sein und hier oi 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 jetzt muss ich mal noch aufsteigen dass wir gescheit Höhe haben oh die Ranken haben mich gleich die Ranken haben mich gleich oh super oh wir haben dieses Level schon geschafft äußerst kurzweilig hat super viel Spaß gemacht wenn es euch auch Spaß gemacht hat lasst einfach einen Daumen nach oben da abonnieren dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr ja würde mich freuen wenn wir uns bald wiedersehen vielen Dank fürs reinklicken bis bald ciao